Und damit willkommen zurück zu Voidtry in der eventuell letzten episode ich habe eure kommentare noch nicht ich habe die vier episoden relativ hintereinander aufgenommen aber ich hoffe es geht weiter ich hoffe ihr sagt ja da wollen wir mehr sehen ich habe zwischenzeitlich hier ein paar bisschen forschung betrieben und ich habe das da gebaut denn ich habe in der forschung gesehen ich zeige euch das mal ganz kurz da gab es hier diese waggonwand und weiter vorne gab es es noch mal als als andere variante und diese sachen habe ich erforscht ich habe auch maximale setzung ersättigung hier erforscht und ich habe moment da diese mechanismen erforscht mit diesen mechanismen können wir hier bei der werkbank mehr zeugs machen also die zwei sachen da das teil braucht eine eisenbahn und fett und das auch ja und dann nähern wir uns auch schön der dampflok dass wir das langsamer bauen können wir sind im kessel aber wir brauchen ziemlich viel materialien also wir haben auch kein eis mehr kein holz mehr das müssen wir jetzt alles sammeln und paar von den produktionssachen hätte ich mir gedacht und wir hier hinten rein dann ist das hier geschützt wobei ich hätte gern noch fenster ach ja und ich habe den wagen einmal erweitert sprich der hat jetzt maximale ausbaustufe und wenn wir hier irgendwie unter beschuss sind können wir uns hier irgendwie verstecken so ungefähr der plan das teil da übrigens müsst ihr mit dem da bauen da könnt ihr den wagen anklicken und dann diese dekor sachen hier basteln ist auch gar nicht mehr so teuer an eisenbahn und bolzen braucht eins und segment und für das zweite hat es nicht mehr gereicht gute sache ich würde sagen los geht's ich bin schon sehr gespannt was es auf uns warten wird vielleicht wird es doch man die normale fahrt vor schön bauer den häxler oh es ist wieder heller uuuu gut sachen sammeln oh ja komm her gib 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 ach die waffe habe ich dann auch noch mal kurz geupgradet naja ja 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 ist ja gut oh scheiße und der nächste oh holz 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 das brauche ich na kommst du her yes hab ich getroffen oh keine mats aber da also wir werden jetzt versuchen so viel einzusammeln wie es nur geht beziehungsweise versuchen wir ja eh jedes mal oh komm nice nein da hinten war noch mal holz her damit ich glaub stellenweise anhalten wäre nicht schlecht um sachen zu holen na komm her komm her so da 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 was haben wir hier alles gut da damit wollen wir da so ein Explise Explisionsding so Deutsch Schwerte Sprache Metall ich will jetzt hier alles mitnehmen was irgendwie geht Äh, wo war das andere Teil jetzt? Ach, da. Nice. Wo ist der Kollege? Nicht da. Ah, da. Jedes Mal die Flucht. Bleib doch mal da und stelle ich den Kampf. Okay. Oh, nice. Was zum Essen. Fett schadet auch nicht. Ah, okay. Ich kann die einfach anschießen und die explodieren. Scheiß Vieh. Irgendwie habe ich das Gefühl, der kommt öfter, je weniger Leben er hat. Okay. Kurz anhalten. So, animates. Ah, wo ist er? Ah, ist er. Yes. Nice. Das ist für die Tierliebhaber natürlich nicht so schön. Oh, aber das muss sein. Oh, Metall. Komm her. Okay. XXL-Knochen. Kann man auch machen. Oh, was zum... Okay. Now there's a piece of scrap metal trying to kill us too. Oh, okay. Oh, fuck. Ähm. Wo ist er? Ich hab doch den Kollegen gar... Es wird immer verrückter hier. Da ist er. Nicht mit mir. So, ich wollte jetzt eigentlich noch das hier holen. Und das hier. Nice. Ach, Mann. Jetzt haben wir diesen Kollegen und noch die Minen. Da kommt er wieder. Wie weit geht das? Oh, ja. Nice. Fuck mich, ob der Zug überhaupt komplett zerstörbar ist. Oder nur das, was drauf gebaut worden ist. Aber ich vermute mal, das reine Fundament wird nicht zerstörbar sein. Wir haben da Beschädigung am Holz. Alter. Ja, wir müssen den Boden reparieren. Was? Nein. Nicht rückwärts. Vorwärts, bitte. Gut. Der andere Kollege ist auch nicht... Oh, doch, da ist er. Fast. Am nächsten Mal habe ich ihn. Ich brauche Holz, liebes Spiel. Und keine Minen. Oh nein. Sind diese komischen... Ja, natürlich. So, Mine. Oh ja. Komm her. Komm, 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 komm. Ah, shit. Anhalten. Ach, das Zeug hier. Was haben wir sehen? Ja, hier oben. Ja, komm, ich an die Sachen da hinten noch. Komm, bitte, bitte, bitte. Yes. Da hinten ist er. Nein, komm. Yes. Oh, da kommt er gerade. Komm her, mein Junge. Sag doch mal Hallo. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, toll. Genau, jetzt kommt er nicht. Okay. Da hat man was sehr Großes gelebt. Ich hoffe, es ist ausgestorben. Ich möchte es nicht hier in Aktion sehen. Aber eigentlich schon irgendwie. Irgendwann haben wir so ein XXL-Viee, wie man es im Trailer gesehen hat. Metz. Oh, Holz, 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 Holz. Komm, komm, komm. Gib her. Mehr Holz irgendwo. Oh ja. Gib, gib, gib. Ja, kommt er. Oh, nee. Ist doch vorne wieder so ein Außenposten. Naja, sieht der noch aus. Naja, super. Naja, super. Das wird toll. Oder? Ja. Das sind wieder Leute. Geil, auf die Distanz getroffen. Nice. Wo ist der hin? Komm doch mal her. Oh, da ist er. Dass die jetzt auch noch über mir sein können, ist jetzt ein bisschen beschissen. Fuck. Äh, wo ist er? Dankeschön. Da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Bist du? Kollege, komm her. Ja, vielleicht sollte ich mal runtergehen. Wo ist er? Und wo? Ach, da. Ah, und da. Fuck. Okay, war das der Letzte? Vermutlich nicht. Na, hier ist. Aufheben? Was denn? Ach, Metallschrott. Und wo? Ja, toll. Das sehe ich denn nicht. Ja, ich schaue mich jetzt erstmal kurz um. Ne, hier ist nichts. Dann schauen wir mal bei dem. Okay. Zeig dich doch mal. Wo? Alter, da hinten. Schau doch, bitte noch mal raus. Oh ja, echt. Alter, nice. Nice. Noch einer? Scheiße, Inventar voll. Ah, ist ja eh noch die Munition. Da geht's nicht rein. Oh. So, war's das jetzt? Ah, ich glaube, das war's. Mehr haben wir hier nicht. So. Alter. Dusche wieder. Den haben wir jetzt ganz vergessen. Notizen? Nö. Gut. Abmarsch. Und der Brandverbandskasten. Und da liegt noch was anderes. Oh, nice. Volvo-Modul. Jetzt auch noch gut ist. Kann ich auch nicht nutzen. Okay. Tschüss. Niceo, niceo. Okay, dann werden wir jetzt mal Sachen hier reparieren. Nein. Ah, das wollte ich jetzt nicht. mit N. Moment. N? Hallo? Also. Einmal reparieren. Also 39% geht nicht. So, Boden. Oh, das war sogar 50% runter. Ich brauche Eisen. Okay, dann einschmelzen. Barren. Eisenbarren. Dann mindestens 10. Nice. Was? Alter. Mach mir mein Zug nicht kaputt. Jetzt habe ich da extra repariert. Mann. Okay, kam kaputt. Ah, wir brauchen diese Abdeckungen. So, Küche. Brennholz. Bitteschön. Ah, zu wenig Platz. Okay, umladen. Das Zeugs hier rüber. Waffenteile wieder ohne Ende. Habe ich noch Platz? Da oben. Da ist es mal voll. Wir haben viel zu viele Waffenteile. Beziehungsweise, wir könnten mal die größeren Kisten bauen. Das wäre vielleicht mal ein Plan. Dann habe ich hier mehr Platz. Wo war das Leder? Das war hier. So, dankeschön. Ah, so. Den Spaß jetzt hier noch reparieren. Das ist ein bisschen teurer in der Reparatur. Okay. Verband. Da braucht man, glaube ich, diese Chemikalienflaschen. Na, da. Habe ich da welche? Eins. So. Wir fahren hier mal weg. Aber cool. Jeder wollte anders hier. Oh, warte mal. Verbessern. Ich muss die gar nicht neu bauen. Geil. Das ist schlau. Na. Wie schaut das jetzt? Oh, geil. Zwei mehr Slots. Sehr geil. Sehr geil. Können wir die anderen Waffenteile da wieder umladen? Wenn das alles seine Ordnung hat. Nice. Ah ja, okay. Jetzt sind wir hier voll. Ja, dann bleibt das da. Ähm. Waffenkammer. Die ich werde jetzt mal verlagern. Warte mal. Wird das so gut aussehen? Cool. Alter. Nicht duschen wieder. Der ist wieder voll da, Heini. Ah, das kann nicht wahr sein. So. Sammeln. 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 Zug. Bleib mal kurz stehen. Ich muss hier Sachen einsammeln. Da in der Zeit hat es noch einen Haufen Metall und Holz. Dann grün. Alles meins. Komm, 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 komm. Geh. Wo ist das Holzstück? Ja. Gehen wir es übersehen? Ja, da oben. So. Oh shit. Kein Holz mehr. Was passt? Dann gehen wir hier mal ziehen Holz rein. Da haben wir es ja eh die ganze Zeit. Und Abfahrt. Irgendwelche Minen. Nö. Wenigstens eine Sache, die nicht nervt. rein damit. Cool. Kollege. Kann man den auch wieder los? Oh, Holz. Gib, 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 gib. Nur noch mehr Holz. Na, komm her. Also, ich wäre schon mal froh, wenn der nicht bei jedem Boot kommen würde. Ich glaube, mit der Zeit könnte das ein bisschen nervig sein. Oder wir kriegen irgendwann mal so eine Art Geschütz. Und der schießt automatisch. Oh, das wäre voll geil. Ah. Ah, sie juckt. So stehen wir jetzt schon wieder. Holt ich gar nicht. So. Nice. Ey, da kommt er wieder. Pau ab. Oh, yes. Holz. Und da auch. Nice, nice, nice. Oh, nein. Da hinten war ja noch Holz. Komm, 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 komm. Komm. Gib, 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 gib. Nice. Hau ab. Oh, don't know, no. Und einmal auf die andere Seite. Danke. Aber so. Was ist mit meiner Nase? Die juckt jetzt irgendwie die ganze Zeit. So. Ich habe mit dem Metz. Ich habe mit dem Holz. Dankeschön. Warte mal. Da war das Holz. Sollen wir vielleicht nochmal kurz anhalten, bevor wir reingehen? Na, da nervt nur er wieder die ganze Zeit. Okay. Äh. Sachen ablegen. Ich glaube, ich möchte einen Verband basteln. Machen wir mal dieses Chemie-Zeugs da. Das da. Ja. Chemie. Moment. Achso, das war auch alternativ. Dankeschön. 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 Yes. Gut zu Ende. Ähm. Brauchen wir da noch Leder dafür? Ja, natürlich brauchen wir Leder dafür. Genau das, was ich kaum habe. Leder. Hallo? Ah, doch. Sechs Stück. Nice. Bergbank. Äh. Verpasst Material. Verdammt. Machen wir ein paar Stück hier. Oh, gut ist. Anhalten. Anhalten. Das würde ich haben. Inklusive dem Zeugs hier. Oh, auf der anderen Seite auch noch. So, ab und zu tut sich das schon Lohn. Öfter mal anzuhalten. Wirklich alles zu holen. Und die Musik denkt sich so. Ah, jetzt fahr doch endlich weiter. Ich brauch jetzt meinen Highscore. Da hinten. Äh, das sieht irgendwie anders aus. Oh, okay. Ähm, Verband. Dankeschön. Jetzt wollen wir mal schnell einlogern. Söderli. Alles hier rein. Damit ich nichts verliere. Wenn ich stirbe. Ah, beziehungsweise wir können die Kisten abgräuten. Verbessern bitte. Das nochmal. Ne, ich glaub, das war jetzt irgendwie ein Bug. Ja, cool. Aber dann könnten wir eigentlich... Das doch zu dem Rohmaterial tun. Und dann lassen wir die Bahn erstmal hier drin. Hier können wir auch noch ein bisschen was essen. Sehr gut. Und jetzt bleibt... Ähm... Wo war das Fett? Hier. Du kommst hier rein. Wasser kommt da rein. Dann haben wir jetzt nur noch das Leder. Kommen wir da unten rein. So. Holz kann auch da bei diesen Rohsachen rein. Ja, dann. Kommen wir mal. Mal schauen, was uns jetzt da abautet. Naja, aber einsammeln kann ich ja doch. Ah, es war so kurz vor dem Score. Hahaha. Ja, die nächste Forschung mit dem Häcksler haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Was braucht denn der da alles? Häcksler. Äh, Zahnrad, Kolben, Bolzen. Ja, weißt du was? Dann werden wir hier nochmal ein bisschen einschmelzen. Waren, Eisen, maximal. Wird vermutlich das Holz nicht reichen. Holz. Oh, gib her. Holz ist immer gut. Da hinten ist auch noch Holz. Komm, 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 komm. Äh, brauchen wir jetzt schon wieder am kalten? Ich hab nicht gebremst. Ja, bei dem Holz. Okay, es sieht doch wieder ähnlich aus wie vorher. Jetzt waren wir mit dem Nebel bedeckt hier. Nice. Ähm, Sachen herstellen. Also, Bolzen war es einmal. Und das Zahnrad. Nein, Komponenten. Zahnrad. Oh, jetzt geht's los mit der Party. Ich werde es mal temporär hier reintun. Äh, Rohmaterial. Einmal da oben. Dankeschön. Wo war das Fett? Da. Und Lichter aus. Ah, Waffenabkehrs hätten wir jetzt noch schauen können. Okay, funky Musik geht wieder ab. Wo soll ich es jetzt schnell versuchen? Nee, dazu muss ich ja alles nicht sehen, wenn ich da reintun. Jetzt kann ich auch wieder alles nicht mitnehmen. Wie immer. Warum schaut das eigentlich immer fast gleich aus? Ich dachte eigentlich, das sollte sich abwechseln. Abwechseln. Alles. Immer gut. Oder muss ich da mit der... Mit der Quest erstmal weitermachen. Ich weiß es nicht. Ah. Ah. Oh nein. Oh nein. Fuck. Nice. Yes. Jetzt werde ich besser. Ah, komm. Fuck. Komm, schau mich nochmal an. Yes. Alter, manchmal trifft er dich, obwohl ich ihn definitiv anziele. Na, komm her. Okay. Schön ins Knie rein. Oh, da ist noch einer. Fuck. Mann. Ja, jetzt glaube ich, habe ich ihn. Okay. Musikkart aufgehört. Dann sind wir durch. Ja, bitte zu wenig Platz. Haha, wie sie alle da liegen. So. Irgendwelche Special Goodies hier. Nein. Ja, es ist so ganz leicht anders, aber... Nur so minimal. Generator. Uh, da liegt noch ein Eisenstück. Keiner mit. Sonst irgendwas versteckt ist. Da geht's runter. Da hat's aber nichts. Oh. Nice. Ja, gut. Gehen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht hat's da noch was anderes. Ich glaube, hier haben wir soweit alles gesehen. Schauen wir mal auf die andere Seite. Ich glaube, wir müssen da noch irgendwo eine Kiste haben. Nö. Und dann werden wir hier die zweite Abdeckung bauen. Aber eins mit Fenster wäre halt eigentlich schön. Ah, wir müssen halt nehmen, was wir halt haben, ne? Ja, alles voll. Was haben wir hier diesmal? Ach, wieder diese Bude nur ein bisschen anders. Hat aber nichts Spezielles drinnen. Hier auch nicht. Na gut. Gehen wir mal zum Glücksspielautomaten. Vielleicht kriegen wir da was Tolles. Oh, da ist noch eine Kiste. Also, Box. Länger Kiste. Oh, das sieht jetzt anders aus. So, da, da. Was ist es? Dreimal Schweinchen. Oh, Waffenmodul. Von dem wir ja überhaupt nicht so viel haben. Aber uns fehlt es halt ein bisschen an Teilen, dass wir was Komplettes bauen. Hey, Metallschrott. Nö. Okay. Moment, was war da? Achso, das war nur die Lampe zum Ein- und Ausmachen. Gut. Ähm, schauen wir mal. Ah, warte mal. Ich brauche einen Bolzen. Habe ich den gerade im Inventar? Ne. Wir bauen das mit dem Dach noch schnell. So. Wie gut, dass ich da gerade einen Bolzen habe. So, interagieren. Da hinten. Ich hätte gern... Hallo? Ne. So, da kann ich Sachen anbringen. Wie kann ich... Achso. Man kann da komplett rumgehen. Okay, wie sieht das? Ah, das wäre dann so ein Halbding. Plattform-Halte-E zum Demontieren. Es hat so einen ganz beschissenen Klickpunkt. Hello? Ah. Zugseite halten. E-Demontieren. Also was ist jetzt hier was? Waggon-Auskleidung. Okay, demontieren. Ich kriege wieder alles. Ich glaube, ich möchte aber hier schon das Komplette haben. Okay. Können wir das da vorne auch machen? Vermutlich nicht, oder? Ja, weil das dann die Lok hier wird. Okay. Cool. Dann wäre das hier komplett... Wir könnten jetzt aber wegen der Beleuchtung schauen. Das kann man nämlich auch noch abforschen. Das war so Wanddeko. Wo war das? Ach, da. Wandlicht. Wir brauchen Leder und Schnur. Oder irgendwas anderes Lichtmäßiges. Warte, das wäre ein Bodenlicht. Sonst ist da irgendein anderes Licht. Das Bodenlicht. Ah. Aber wir könnten noch so ein Geländer machen. Na gut, also. Nochmal kurz schauen. Leder und Ding. Brauchen wir mal das da. Leder haben wir eins. Stimmt ja... Ah, da. Doch. Leder. Aha. So. Werkbank. Ich brauche einmal das da. Dankeschön. Beleuchtung. Halt. Da war's. Okay, kann ich das Wandlicht jetzt mit dem Menü hier baut? Oh, ja. Schiffswandleuchte 2. I see. Ich glaube, ich hätte da gerne mittig eine. Und auch da. Nice. Also wir brauchen zweimal Bolzen, zweimal Schnur. Dann hoffentlich geht's lichtern. Zweimal Schnur. Perfekt. Zweimal Bolzen. Ja, langsam wird das hier zum Zug. Oh, da war noch Eisenbahn. Oh, bitte sag mir, dass das magische Art und weißes Licht angeht. Ja, nice. Es geht an. Okay, das ist schon mal heller. Aber ich glaube... Wir machen... Ja, vielleicht... Ja... Ich meine aber ein bisschen Oberkill. Hier so zwei Lampen noch hin. Und auf der Hinterseite... Das ist ein bisschen arg dunkel. Oder man macht hier... Jeweils bei so einem Zwischenstück... Von der Lampe hin. Man kann jetzt sogar ein- und ausmachen, wenn ich möchte. Ja, ich glaube... Lass uns die mal ganz kurz versetzen. Falsches Menü. N. Verlagern. Wie ist das Licht, wenn du da bist? Es geht jetzt brutal nach oben. Okay, ich glaube... Bei jedem so einem Zwischenteil kommt eine Lampe hin. Okay. Geile Sache. Wie viel Kupfer habe ich denn da noch? Komponenten. Ja. Machen wir mal zwei. Und dann können wir noch zwei weitere Lampen bauen. Dann können wir die Blueprints dafür schon mal reinbasteln. So. Schön mittig. Aber so mittig, wie es halt geht. Und hier nochmal. Hoffentlich blockiert das nicht irgendwie... ...de Sachen, was ich dann hier reinmachen will. Vom Platz her. Nice. Und bitte noch zweimal die Bolzen. Nice, 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 nice. Der Fortschritt kommt. So, da leh. Ja, dann machen wir erstmal die hintersten. Einmal. Zweimal. Mehr habe ich erstmal nicht. Weil so vorne und hinten könnten wir auch machen. Ne, wir machen das mit sechs Lampen. Sofern ihr denn sagt, das Let's Play soll weitergehen von Void Train. Denn für mich ist das erstmal die letzte Aufnahme. Ich warte, bis das dann draussen ist. Für euch alle auf YouTube. Und ihr dann in die Kommentare reingeschrieben habt. Ja, wir wollen da mehr sehen. Oder... Ja, nee. Lass mal lieber. Also, ich hoffe, ihr sagt, ja, macht mehr. Bis dahin. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Wenn ja, lass vielleicht stehen wir nach oben da. Und dann weiterhin eine gute Fahrt. Bis bald. Ciao, ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Der Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.